Hallo und herzlich willkommen beim Ladesimulator 2054, weil die Leute, keine Ahnung, die laden halt wie Scheiße hier bei WM6 sind. Was ist denn der Goat Simulator? Pass auf, irgendwann gibt es einen Ladesimulator, wo du eine kleine Spielwelt hast, so einen 4x4 Meter Raum und du nur was laden kannst. Du kannst nur, ich lade jetzt die Maschine, die macht auch nichts, die musst du laden und D-laden. Der Goat Simulator ist ja genau so eine Wichse. Spielst du eine Ziege? Was ist da? Das ist, das ist, ich bin enttäuscht, das ist hochprofessionelles Gaming-Einrichtung. Die einen riesen Lümmel hat. Ziege mit einem Riesenpimmel, ganz genau. Worüber reden wir noch gleich? Über deine Dumme, Alter. Hat jemand Stacheldraht für mich? Ich habe nämlich C4. Nein, habe ich leider nicht. Und, hast du ein Schild für mich? Nein, habe ich auch nicht. Was hast du dann? Ich habe Kontaktgranaten. Kontaktgranaten und Rüstung. Nein, danke. Ich möchte keinen Kontakt zu deinen Granaten haben. Nee, die machen aber auch keinen Schaden. Von daher. Never go full fucked hard. Sind wir die Einzigen im Raum übrigens? Ja, ich bin noch nicht mehr im Raum, aber ich habe schon einen Breach. Wir sind hier rechts, oder? Ja. Wir sind hier im Nordwesten. Trotzdem sollte einer dann da drüben decken. Da war ein Fenster kaputt. Na, das war aber unser Kaufer. Was mir nicht gefällt, aber sie war es trotzdem. Ja, wenn sie meint, das machen zu müssen, soll sie doch. Ich weiß nicht, ob das Fenster genau vor mir gut ist, wenn das offen ist, ehrlich gesagt. Deswegen mache ich einfach mal die Tür zu. Als neuen Sichtschutz. Sowieso besser. Ich meine, erst mal überlegt, was das kostet, die da heizen. Und diese Räume. Hast du Rüstung genommen? Ja. Wenn du das immer noch fragst. Ja, man weiß ja nie. Vor allem, wenn da noch zwei liegen ist, die Chance, dass du keine genommen hast oder relativ hoch war. Nein. Die sind alle unten, alle draußen. Alle tot. Für eine ruhige Runde. Jetzt bricht hier die Scheiße los. Na, die sind ja noch draußen. Diese zwei sind ja noch draußen gespottet. Was schießt du da? Das Brummenerven. Ich habe gedacht, das könnte ich ausschalten, aber das kannst du nicht. Alles cool. Ich hätte schon einen Tango berufen. Hä? Der ist doch noch ein Fuse, oder nicht? Ja. Wo hat der noch ein Reinfuse, bitte? Irgendwo unten wahrscheinlich. Ja. Gut möglich. Was labert alle Explosionszellen? Income. Hab einen. Nice. Das war die Ash. Fuse, nur pass auf. Oh, ich sehe da draußen nicht viel. Tut mir leid. Fuse ist so, das ist nur einer. Ja, das war das Fenster hier. So, ich meine Sicht. Hinter dir ist das Fenster noch offen. Pass auf, da ist ein Vorsprung. Da kann er einfach drauflaufen. Ich habe gerade die Granate in der Hand gehabt, auf einmal warst du tot. Guck dir diesen wunderschönen Headshot an. Da, meine Granate. Hast du das gesehen? Ja, ist das herrlich hier manchmal. Aber ich muss dir auch mal einen Kill machen hier, bevor wir uns langweilen. Du hast ja schon. Einen gemacht, ja. Ähm, ich muss Whisky spielen. Whisky ist gut. Ich mag die A-Katzen. Ich muss Deutsche spielen. Aber alter, ich werfe die Granate auf einmal, bist du tot? Ich bin tot, die Runde ist vorbei. Also, ich bin nicht tot, aber ich weiß so gut wie. Und hä, was ist da passiert? What did happen to you? I don't know. Ohne Witz. Sag mal, hat der Capitacho ausgewählt, oder nicht? Ach ne, der lädt gerade, oder? Nö, der lädt. Und dann wählt er noch ein Blackbeard aus. Mann, 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 Mann. Du hast ein Glas. Ihr seid beide nicht gerade sinnvoll für das Team. Hm? Hm. Abwarten. Ich bin nie sinnvoll für das Team, Jimmy. Ja, das ist auch. Komm, bring den Charakter an, den du choost. Es kommt immer darauf an, wie wenig sinnvoll du für das Team bist. Das wäre doch ein Spiel. Ja, bei mir, bei mir, hier. Im anderen Gebäude. Warum gibt es nicht so ein Spiel, wo man schlechtmöglichst abschneiden muss? Ich glaube, darin wäre ich der Beste. Es gibt bestimmt Spiele, wo du sehr schnellmöglichst... Das ist doch genauso wie dieses, ähm, bei ProSieben und RTL und so. Manchmal geben sie die niedrigste Nummer an. Dann musst du ja auch am schlechtesten abschneiden als Einziger. Stimmt. Hat die KM-Eure dich nicht gefickt? Bei mir lag die 9 in der Tür drin, die Fotze. Absolut nicht. Fotze sagt man nicht, Fotze sind aber lecker. Äh, warte. Ich sollte vorsichtig sein mit dem, was ich sage, Alter. Kleiner Monster-Schlepper. Ja, ja. Doktor Honko, ey. Mhm. Feind draußen entdeckt. Oh ja. Aber falsche Seite, du Vollfoss. Gerade, dass ich den von daraus nicht kriegen kann. Einfach mal so. MFH, Alex. War der jetzt unten oder oben, Alter? Äh, unten, aber in einem anderen Gebäude oder nicht? Nee. Der war doch hier vorne. Der war oben, aber den hat er doch. Nee, unten ist offen, pass auf. Hier ist offen gewesen, pass auf. Ja, hab ich gesehen. Soll ich mal, warte mal, ich drung mal eben? Ja, bevor du das machst, würde ich gerne da was hinstellen. Hier, zwei Mann. Ja, da komm ich nicht. Einer schießt, einer konzentriert sich auf mich, wenn du jetzt reingehst. Naja, die Tür ist ja noch nicht mal offen. Außerdem, lass mich nicht drauf kommen. Wir müssen noch angreifen, die Prohers. In der Claymore. Okay, gehen wir halt rein. Pass auf, ich hab keinen Backup mehr von dir, ne? Das ist rechts durch. Im Klo, ja. What? Ich bin dort. Ah, ist mir einfach nicht. Ey, wir sind in der Aufgaben, haben wir gegen mich. Okay, ich gegen mich. Äh, ich hab gar nicht wirklich, wenn ich dich gemuked, 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 gemuked. Schon. Beste Killkern überhaupt. Übrigens, ihr habt's jetzt live mit, er wird in dieser Runde gleich mit deinem Genie dabei sein. Wehe, wenn ich, dann krieg ich dein dritten Ja, ja. As always. Kippst du ihn doch jedes Mal auf die Arbeit, oder? Was ich mit meinen Azubis mache, geht nur mich und meinen Azubis was an. Deliver mal, wir haben drei Killsten und nicht vier. Alex hat vier, der mehr als wir. Jetzt fangen wir zu deliveren! Wir haben auch Beste aus dem Gegner-Team. Ja, wow. Sehr coole Leiter von unten angefuckt, misst nach oben. Aber das ist doch immer so zu uns, wenn dein Team fliegt. Na, muss nicht. Naja, stimmt, stimmt, stimmt. Naja, stimmt. Hast ja recht. Ich will ja auch nochmal verstärken, Jupp. Kann halt nicht. So fühle ich mich gerade. Ich will verstärken. Immer mal am Mittag hier, ja. Ich finde es ja nett, dass du das Schild unter Schock setzt, ne, aber. Ich lasse die Tür mal offen, ja. Sag mal nur bitte, wenn das Fenster offen geht. Mach ich. Ja, du bist zu fett, ich passe da nicht durch. Weißt du, was ich nicht genommen hab? Was denn? Prostum. Ich hab einmal nicht nachgefragt, ja? Weißt du warum? Ich hab auf deinen Nachfahrt gewartet. Ah, das ist gut. Hier ist doch noch eine Drohne drin, oder nicht? Äh, einer war schon dauernd. Ja. I like the stone. They greedy bastard. Ich würde mir gerne helfen, aber... So kriegen wir je mehr Kills. Alter, zwei Mann gleich nach hinten. Seid ihr bescheuert? Mhm. Wo war das? Es muss ja irgendwo hier oben gewesen sein. Naja. Treppe, oder? Ja, so nach Treppe. Ne, Treppe war nix. Ich hab ja im Auge gehabt. Ja, wir sind aber zweistöckig. Ihr könnt ja trotzdem wieder Treppe gewesen sein. You know what I mean? Ja, stimmt. Da wurde halt woanders gepinkt. Naja gut, das hab ich tatsächlich nicht gewählt. Da ist doch irgendwo was offen gegangen, das hab ich doch gehört. Ja, das war einer von uns. Ah, okay. Da make Polish war. Was machen die denn da? Werben. Einer kommt die Treppe rauf. Alter. Was? Da ist noch einer. Ah, der Glas war es dann. Ah, aber der hat nix mehr. Der Nerdstomper. Ah, ich hab gedacht, der nennt nach. Er ist auch da auf der Treppe. Okay. Oder auch nicht mehr. Ich hab's mir gedacht, aber er hat mir ein Astran-Heddy gegeben, wa? Ja. Ach schön, wenn ich gestanden hätte, wo hätte ich noch zurückschießen können? Passiert. Ah, gibt er mir nur einen Klick, ey. Miese Kiste. Ah, ja. War aber auch dumm, das ist komplett... Ich mein, Alex farmt zwar auch ein paar Kills, er hat jetzt zwei Stücke gemacht in der Runde. Ähm, aber es ist trotzdem, die sind für mich zu offensiv. Vor allen Dingen, die sterben zweimal an der gleichen Stelle, kommen sie ins Blied aus und sie rennen wieder dahin, wie die fliegen, Alter. Ganz de cleveren Kinder, ne? Ich hätte ihn einfach kommen lassen sollen. Scheiß drauf. Naja, passiert. Darf aber nicht. Pff, tut es aber trotzdem. Das ist das Schöne. Auch wenn's nicht darf. Ich weiß, auf den besten Passisten fehlen, heißt aber nicht, dass es mir passieren darf. Nicht im Bootsraum. Naja, die sind hier, weil in dem Haus probierbar. Wenn ich das richtig gehört hab. Ja. Gleicher Raum, so, oder? Ach, ich hab ja shit aus, kannst du gleich mal 10 Minuten schreiben? Der ist rechts von dir, der Raum. Boah, warst du nicht einfach zur Bombe? Warum musstest du den jetzt? Egal. Ich weiß nicht. Schreib mal bitte, same. Achso, ist neu. Wann haben wir den hin? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Mein Verdienst war es leider nicht. Achte aufs Fenster. Achte auf die Kameras. Alle kaputt, alles gut. Ja. Hab ich gemerkt, nachdem die ja zwölf Stunden rumgeballert haben. Ja, ja. Ever trust your own team, ne? Ich hab beide gewonnen, schottet. Und der andere hat halt dumm der neben geschossen, ne? Am Fenster. Wow, fuck. Die treffe ich auf der Entfernung nicht. Jetzt hab ich's. Pass auf, die Tür auf, ne? Mach die nicht kaputt, bitte. Ich geh wieder, da kann er reinfusen. Die haben Fenster. Ja, da kann ich reinfusen. Du das doch. Die sagt dir auch an, was hier so satt ist, ja? Hier sind auf jeden Fall welche drin. Ich hab einen L-M-G-Testoff. Uah! Na, der hat mir schon wieder One-Shot gegeben. Ja, ja. Der zieht aufs Fenster. Pass auf. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der ist gerade angemacht, oder was? Naja, aber warum gehst du da hin, wenn er mich genauso One-Shot weggeholt hat? Der brauchst dich doch nicht bewegen, der zieht doch nur wieder drauf. Naja. Ja, ich hab ihn ja angeschossen, das war ja das Schöne. Ja, gut, aber aus meinem Fehler hättest du lernen können, junger Palawan. Der hat mich halt One-Shot weggemacht, du gehst an die gleiche Stelle. Ich dachte, ich besser macht den Fehler. Ja, naja, ab und an schon. Jetzt geht der Black, na gut, der Blackbird ist geschützt, der kann halt machen. Aber der ist dafür zu hoch. Der ist zu dämlich dafür. Abgesehen davon. Guck mal, der sieht den noch. Boah, der war ein schöner Weinklick. Hat aber gedauert. Schild ist drin, ja, GG, haben gewonnen. Hinter euch, Jungs. Yo, jetzt nachladen, jetzt bist du auch ganz gut. Ja, GG, haben gewonnen. Boah, Alter, wie dumm ist der Schild. Bitte alle mal MFH Alex reporten, weil er disrespektet und sowas gehört sich nicht in Multiplayer-Spielen, weil er in Age to the Zone ist. Liebe Leute. Das ist der Standard. Ja, ich will, dass der Standard aber zum Gutmanagement wird, nicht zum Age to the Zone. Age to the Zone gehören verbrannt. Wie, 45? Nein. Was warst du jetzt? Keine Ahnung. Liebe Leute, Ron und ich wünsche euch was. Bis dahin. Wir sind cool. Bis dahin. Bis dahin.